Defensive. Es ist die 64. Minute. Berlin verteidigt einen Unentschieden in Bielefeld. Für Berlin geht es um die Tabellenführung am 19. Spieltag. Babic kennt die Bundesliga. Sieben Jahre verbringt er bei Bayer Leverkusen. Auch die Seuchensaison 2001-2002. Babic wird Zweiter in der Meisterschaft, Zweiter im Pokal und Zweiter in der Champions League.